Josef Donko, 34, sechs Jahre älter, leichter, 700 Gramm leichter als sein Gegner. Hat etwas Längenvorteile. Schauen wir mal, da reibt sich schon die Ellenbogen. Rechtsausleger gegen Normalausleger. Oh, schön abgetaucht zum Takedown, macht er gut, sehr schön, holt sich hier den Rücken, hält den Arm fest, technisch gut. Josef macht das sehr gut gerade. Ja, die tschetschenische Handschelle, wie man sie so kennt aus dem MMA, hält hier den Arm fest, kann jetzt hier mit der linken Hand ein paar Bomben runterregnen lassen. Das macht er stark, hat auch eine gute Balance, also dafür, dass er hier sein Debüt gibt, ist er technisch schon sehr beschlagen. Ja, ist ja auch eine, vielleicht auch eine kleine Stärke gerade so einer Serie wie Wheel of MMA, dass immer wieder auch so Leute dann mal hier die Möglichkeit bekommen, in so einer großen Halle auch so einer wirklich großen Bühne sich zu präsentieren und dann auch auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt in der Oberlage, in der Half-Guard-Position, schenkt aber den Underhook hierher. Höttke ist mit dem linken Arm unter der Achselhöhle, das ist schlecht für Josef. Aber der macht jetzt gerade einen guten Job hier, ihn zu kontrollieren, muss ich sagen. Trotz der Underhooks. Gute Balance. Das ist gut von der Unterhooks. Er lässt Höttke jetzt hier arbeiten, der Untermann. Macht gut Druck hier. Das ist jetzt auch fehlerfrei. Das sieht jetzt noch nicht viel aus, aber er macht eigentlich im Grunde alles richtig. Das ist richtig, oder? Und Andi Höttke findet da momentan kein probates Mittel. Ja, obwohl er den Anderuk hat. Versucht es ein bisschen mit Kraft. Wollte er gerade mal schauen, ob er sich aufrichten kann. Er sieht ja auch sehr athletisch aus. Das meinte ich auch am Anfang so. Aber hier steigt er fast in die Mount durch, Josef Donkour. Dass Höttke physisch einfach so krass austrainiert ist. Aber wow, Josef Donkour macht das wirklich sehr gut. Trotz des Anderuks. Der Griff hier unter der Achselhöhle ist für Donkour denkbar schlecht. So, jetzt ist Andi wieder auf den Beinen. Jetzt schauen wir mal, was das Clinch-Game ist. Oh, schön. Guillotine ist drin. Stark, stark. Das macht er nicht schlecht. Er kämpft hier quasi um den Griff. Versucht den immer wieder hier vor die Brust heranzubringen. Und Höttke muss hier schon kämpfen, um hier rauszukommen. Aber der bindet sich raus. Schön. Schön. Und Höttke ist exklusiv. Aber Josef Donkour bleibt cool. Ja, und Andi Höttke, der schnauft. Der hat jetzt ein bisschen Kraft gelassen, um sich da endlich wieder aus der Situation zu befreien. Der hat die ganze Zeit Josef Donkour hier auf sich drauf gehabt. Oh, schöner Tritt zum Kopf. Da muss Donkour aufpassen. Das sieht wirklich nicht schlecht aus für einen Debütanten. Und jetzt wird Donkour etwas unvorsichtig. Ja, Donkour holt sich den Take Down gleich. Hat vorher bei Judo, Taekwondo und Ringen Erfahrung gesammelt. Müssen Sie sich das Bein holen mit dem rechten Fuß. Ja, müsst ihr runtergreifen jetzt. Nee, einfach mit dem Bein einhaken. Ja, genau. Er hört dich. Er hört mich. Er macht er gut. Das macht er wirklich gut. Verzeihung, ich hab die unterbrochen. Judo und Taekwondo. Judo, Taekwondo, BJJ, Ringen. Also der hat schon ein bisschen durchprobiert, hat er nie Kämpfe gemacht. Er sagt, er hat einfach nur trainiert. Aber das erklärt halt doch, warum er sich gar nicht so... Oh, angeklingelt. Er taucht zu schnell ab. Er taucht zu schnell ab. Höttke kann ihn da abkontern. Ein bisschen backlich sah jetzt aus. Ja, da ist das Knie. Da ist das Knie. Oh, und jetzt kriegt Andi Höttke. Jetzt kriegt der Oberwasser. Und der weiß, eine Minute ist noch da. Ja. Aber der hat selber auch Kraft gelassen in der Runde. Josef taucht zu schnell mit dem Kopf ab. Höttke kann da. Das war das Knie-Gut-Time. Nicht, dass er da in ein Knie reinläuft. Und jetzt wird es ein bisschen dirty Boxing hier. Oh, da taucht er wieder ab. Und da ist das Knie. Der wackelt, der wackelt. Der schwankt. Der nimmt nur noch Treffer. Oh wei. Josef taucht, das geht dem Ende entgegen. Und Andi Höttke. 30 Sekunden haben wir noch. Aber er steht noch. Und Höttke wird jetzt auch müde. Er setzt Treffer auf Treffer. Ja, ja, der hat Power verloren. Der ist ganz schön. Das ist Knie zum Kopf. Schon wieder. Und noch ein Treffer. Der muss die Deckung oben halten. Den Kopf nicht runternehmen. Nein. Aber bisher steckt das weg. Bisher steckt das gut weg noch. Und Höttke marschiert hier nach vorne. 10 Sekunden noch für Donko. Oh wei du. Der fällt. Oh, das wird eine krasse Rundenpause hier. Die brauchen beide die Pause. Dringend. Ja, Donko aber umso mehr. Oha. Oh, ich bin echt gespannt, ob Donko hier noch zur zweiten Runde erscheint. Das war kurz vorm Abbruch. Das war kurz vorm Abbruch. Ja, aber. Der hat sich das ganz genau angesehen. Ganz genau angesehen. Andi Höttke hatte aber auch nicht mehr die Power, um ihm da richtig dann das Schluss nicht zu setzen. Aber er steht noch. Josef steht nicht mehr. Josef muss sitzen. Donko steht. Äh, Verzeihung. Josef sitzt. Höttke steht. Da, hier. Er taucht zu schnell ab. Das hat am Anfang noch zweimal, dreimal gut funktioniert. Und dann ist er ein, zwei Mal in Knie hinein gelaufen. Ja, das meine ich ja. Tritt nicht zur zweiten Runde an. Schade. Schade. So, während hier die Zeitgruppe läuft und die Zuschauer an dem Bildschirm es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Der Applaus, der kommt auf. Der Kampf ist aus. schon mal. Pushy Das hier. your ZY Vielen Dank.